Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Outlast und ich... Boah, der wird zahlen Drecksketten. Boah, alter, putz dir mal den Arsch! Boah, du Schwuchtel. Alter, leck mich am Arsch. So, hier ist ein Feuerlöscher. Können wir den eigentlich benutzen? Ne, ne? Wäre ja auch zu schön gewesen. Ähm... Verdammt, wen müssen wir denn? Ich warte einfach nur mal, bis er ganz, ganz kurz... Jetzt. Ja, da hoch! Ja, richtiger Raum! Boah, alter. Oh nein. Der Start uns an, das gefällt mir gar nicht. Ähm... Alter, hier wackelt alles. Oh nein, da hat er grad eine Tür zusammengeprügelt. Böööö... Sind wir... Sind wir... Sind wir durch? Ne, ne? Ich weiß es gar nicht. Huch. Hier müssen wir weiter. Und ich lade gerade ganz, ganz kurz die Batterie nach. So. Hey, wieso kommen wir hier nicht weiter? Hä? Wir müssen doch hier weiter, oder nicht? Nein. Müssen wir hier weiter? Na, wer sagt's denn? Kino. Kino. Nimm nicht. Was? Welchem Licht? Dem Licht? Nein, Gott sei Dank. Hier ist abgeschlossen. Das heißt aber noch gar nichts. Blinkt irgendwas? Nein. Oh Gott, nein. Ich will da gar nicht hoch. Alter. Oh Gott, ich weiß auch noch gar nicht, wie folgendes überhaupt von Outlast geben wird. Ich hab echt keine Ahnung. Müssen wir hier weiter? Ja. Oh Gott. Oh Gott, nein. Boah, alter. Okay, dann gehen wir den Weg hoch. Wir gerade mal kurz runter. Ah, okay. Nein! Wir wollten dich nicht stören. Da sitzt jemand. Höh! Wir müssen doch zum Film mal gucken. Aber ich will gar nicht. Ich will den Film gar nicht gucken. Oh. Ich will die Schüssel finden. Wer hat die denn alle getötet, sag mal? War das Wallwater? Oder wer war das? Hier sind Schränke. Ich hab das Gefühl, dass wir die jetzt gleich noch brauchen werden. Alter. Alter. Wann müssen wir denn verdammt? Vor allem, wer stellt denn hier den Weg so zu? Hier sitzt... Oh. Ja, da ist der Schlüssel. Höh! Hä, wieso? Wieso kommen wir jetzt hier nicht? Na, super. Können wir... Oh, eine Batterie. Jetzt können wir von der anderen Seite kommen. Wie viele Batterien haben wir? Sechs von zehn. Wir kommen hier... Wir kommen nicht mehr rein. Boah. Alter, wieso? Was? So, jetzt. Hihihi. Und auch nicht. So, jetzt hat er hier die Tür aufgemacht. Hoch. Was ist das für ein Film? Was läuft da überhaupt? Ich kenne den Film gar nicht. Ähm, so. Boah, Alter. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hihihi. Oh Gott, nein. Willst du mich verarschen? Ich finde Vater Martin in der dritten Etage. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich weiß es gar nicht. Und nichts wie raus hier. Alter, ich will hier nichts... Ich will hier einfach nur noch raus. So und so. Hm. Bitte tun wir nichts. Bitte tun wir nichts. Alter. Höh. Verdammt, wo sind wir hergekommen? Wer ist es überhaupt? Alter, da läuft irgendjemand und er will uns irgendwas tun. Ich weiß es ganz genau. Nur ich sehe ihn nicht. Nein! Er wieder. Wohin? Da! Alter. Halt! Türe zu! So. Hier geht's nicht weiter. Hihihi! So. Oh Gott, nein. Nein, tut mir nix. Alter. Geht's hier weg? Ich will ja gar nicht rein. Da steht wer. Tut er uns was? Nein, ich glaub... Ich glaub, der hat andere Probleme. Die Musik gefällt mir gar nicht. Gerade ein kleines bisschen angespannt. Ah, hier. Doch nicht. Verdammt. Müssen wir hier wieder raus. Was? Alter! Du! Was? Warum? Alter, wir sind... Wohin? Wohin? Wohin denn, verdammt? Bitte nicht. Ah, Gott sei Dank. Nein! Ein Schlüssel. Was ist hiermit? Oh Gott sei Dank. Und hier bitte auch. Nein! Alter. Das tun mir nichts. Das sind die Lümmelmänner. Hier ist ne Predigt. Oh Gott. Da ist der Schlüssel. Wie kommen wir hier raus? Die beobachten uns. Alter. Wir werden dich nicht auf Angst nehmen. Wir werden uns alle sprechen. Du, mein Sohn. Shit. Nein! 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 Ja, aber... Danke sehr. Aber einfach nur, weil ich euch so lieb hab. Alter, nichts wie weg hier. Nein! Falscher Weg. Hier lang. Halt! So. Haben wir... Haben wir es geschafft? Ich weiß es gar nicht. So. So.